Und da haben wir auf dem zweiten Platz den Rick Neumann. Rick Neumann, zweiter Platz in der Kategorie Big Twin. Ja, auch hier eine tolle Big Twin. Ich sag mal genau das Gegenteil von dem Bike, was eben da war. Hat auch eine klassische Linie und sehr, sehr viel Chrom verbaut. Henry Ford hat immer gesagt, Spaß ist keine Farbe und Chrom ist auch keine Farbe. Aber es harmoniert und matcht immer wieder wunderbar. Viel Schwarz, viel Chrom, viel Handarbeit an diesem Motorrad. Die Schutzbleche verlängert, noch so ein paar kleine Halterungen angebaut und, und, und. Also viele, viele Stunden Arbeit, damit das Bike genau sein Traubike wird. Und dafür auf dem zweiten Platz gibt es einen Riesenapplaus für den Rick Neumann. Herzlichen Glückwunsch. Und auch hier haben wir einen Sieger oder eine Siegerin. Eine Mischung.